Der Schatten der Bäume spiegelt sich im Wasser. Der Großvater geht mit seinen Enkeln spazieren. Dies ist eine Wassermühle. Das Wasser fließt sehr stark. Das Wasser fließt sehr stark. Die Mütter und Väter gehen mit ihren Kindern spazieren. Die Mütter und Väter gehen mit ihren Kindern spazieren. Die Enten schwimmen im Wasser. Die Enten schwimmen im Wasser. Die Mütter und Väter gehen mit ihren Kindern spazieren. Jeder genießt das schöne Wetter. Jeder genießt das schöne Wetter. Die Mütter und Väter gehen mit ihren Kindern spazieren. Bazen Menschen gehen mit ihren Kindern spazieren. Die Mütter und Väter gehen mit ihren Kindern spazieren. Die Mütter und Väter gehen mit ihren Kindern spazieren. Die Mütter und Väter gehen mit ihren Kindern spazieren. Die Frau und der Mann laufen über die Brücke. Die Frau und der Mann laufen über die Brücke. Die Frau und der Mann laufen über die Brücke. Die Frau und der Mann laufen über die Brücke. Die Frau und der Mann laufen über die Brücke. Im Garten der Schule gibt es verschiedene Skulpturen. Im Garten der Schule gibt es verschiedene Skulpturen. Küçük evin önünde iki tane beyaz sandalye var. Vor dem kleinen Haus stehen zwei weiße Stühle, vor dem kleinen Haus stehen zwei weiße Stühle. Her yerde beyaz çiçekler açmış. Überall wachsen weiße Blumen. Überall wachsen weiße Blumen. Kuş sesleri Bahar'ın gelişini müjdeliyor. Das Vogelgezwitscher verkündet den Beginn des Frühlings. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal! Töne 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 Töne